Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die neuen Pläne des Arbeits- und Sozialministers Hubertus Heil. Er sieht die Einführung eines Klimageldes ab 2023 vor, bei dem Gering- und Normalverdiener regelmäßig entlastet werden sollen. Auch wird währenddessen weiter an der Reform von Hartz IV zum Bürgergeld gearbeitet. Wir schauen uns dazu passende Beispielrechnungen an, um zu sehen, ob es sich in Zukunft überhaupt noch lohnt arbeiten zu gehen, da es sich leider heute schon für immer weniger Menschen lohnt. Wenn ihr wissen wollt, was der Arbeits- und Sozialminister im Detail plant und was das für uns bedeutet, dann bleibt unbedingt dran. Wegen der massiv steigenden Energiepreise wird in den politischen Reihen weiter über mögliche Entlastungen für die Bürger diskutiert. Man könnte auch sagen, es werden weitere mögliche Mechaniken zur Umverteilung diskutiert, weil irgendwer muss die Zeche ja am Ende bezahlen. Mit den aktuell vorgeschlagenen Maßnahmen scheint es so, als wolle man den Sozialstaat weiter kräftig umkrempeln. Denn nun wurde bekannt, dass der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil die Einführung eines Klimageldes zum 1. Januar 2023 plant. Dabei sollen alle Gering- und Normalverdiener mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 4.000 Euro von den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen entlastet werden. Das Klimageld wird nach Angaben des Ministers einmal im Jahr ausgezahlt. Über die genaue Staffelung sei in der Koalition noch zu sprechen. Es sei jedoch lauteil wichtig, dass Menschen, die es am nötigsten brauchen, am meisten bekommen. Schließlich seien für Gutverdiener hohe Preise ärgerlich aber händelbar. Im Detail sagte er folgendes. Zitat. Wir müssen eine Antwort geben über das jetzige Entlastungspaket hinaus. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dauerhafte und gezielte Entlastungen für alle mit geringen und mittleren Einkommen brauchen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Neben dem Klimageld soll auch das Bürgergeld, welches Hartz IV ersetzt, um 40 bis 50 Euro erhöht werden. Beide Punkte sollen zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden. Vor allem mit den massiv steigenden Preisen will man das Konzept vom Bürgergeld weiter vorantreiben, da der aktuelle Hartz-IV-Satz den massiv gestiegenen Preisen kaum standhält. Dabei dürfte das Bürgergeld bereits der Übergang zum Grundeinkommen sein. Minister Heil sagte hierzu folgendes. Zitat. Mein Vorschlag ist, dass wir etwa bei Familienhaushalten die unteren 30 statt der unteren 20 Prozent der Einkommen als Grundlage nehmen. Damit können wir erreichen, dass die Regelsätze im Bürgergeld pro Person und Monat in etwa um 40 bis 50 Euro höher sein werden als in der Grundsicherung. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Mit dem zukünftigen Bürgergeld werden für Langzeitarbeitslose zwei Jahre lang die bestehenden Mietkosten abgedeckt, ohne dabei auf die Hartz-IV-typischen maximalen Wohnungsgrößen zu bestehen. Ebenfalls soll das Vermögen für die ersten zwei Jahre unangetastet bleiben. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt wurden dabei schon die ersten Maßnahmen für die Reform zum Bürgergeld beschlossen. So wurden zum Beispiel die Hartz-IV-Sanktionen zum Teil ausgesetzt. Hartz-IV-Bezieher müssen aktuell nicht mehr mit dem Arbeitsamt kooperieren, wenn es um die Jobsuche geht. Denn bis nächstes Jahr sind keine Kürzungen der Bezüge um beispielsweise 30 Prozent mehr möglich, dies wurde für die Übergangsphase bis zum Bürgergeld beschlossen. Wer sich weigert eine zumutbare Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen und keine Bewerbungen schreibt, wird von der Arbeitsagentur nicht mehr wie früher sanktioniert. Lediglich bei wiederholten Meldeversäumnissen können maximal 10 Prozent der Regelbezüge einbehalten werden. Die Quellen dazu verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Mit den immer weiter aufweichenden Bedingungen von Hartz-IV und auch mit der Einführung des zukünftigen Bürgergelds ist es durchaus fraglich, ob es sich für viele überhaupt noch lohnt zu arbeiten. Wir wollen uns das anhand eines vereinfachten Beispiels mal ansehen und nachrechnen. Ein Streifenpolizist mit der Besoldungsklasse A7 ist alleinstehend und hat einen Nettolohn von 1700 Euro, arbeitet 40 Stunden und hat sicherlich nicht immer einen leichten und ungefährlichen Job. Neben Steuern, die er von seinem hart erarbeiteten Geld zahlen muss, hat er möglicherweise eine hohe Miete zu zahlen, weil er nahe an der Arbeit wohnen möchte. Oder er wohnt außerorts und muss zusehen, wie jeden Monat ein erheblicher Teil seines Gehalts von Spritkosten aufgefressen wird. Mit den neuen Plänen von Heil würde er jedoch beim Erhalt von Bürgergeld die Wohnung komplett bezahlt bekommen und monatlich zusätzlich ca. 500 Euro obendrauf erhalten, und das ganz ohne Stress. Noch interessanter wird es, wenn dieser Polizist nicht alleinstehend ist, sondern Alleinverdiener für seine vierköpfige Familie. So hat er monatlich netto 2250 Euro inklusive dem Kindergeld zur Verfügung, wenn er arbeiten geht. Würde er in diesem Fall stattdessen Bürgergeld erhalten, bekommt er die Miete gezahlt und zusätzlich rund 1450 Euro jeden Monat zum Leben. Das heißt, sollte seine Miete beispielsweise 600 Euro betragen, dann würde dieser Polizist für 200 Euro mehr den ganzen Monat arbeiten gehen. Beträgt seine Miete allerdings 800 Euro oder mehr, so geht er tatsächlich den ganzen Monat praktisch umsonst arbeiten, weil er dasselbe auch ohne Arbeit bekommen würde. Es wird also interessant zu sehen, wie viel Leute sich dann den täglichen Stress noch antun werden, wegen vielleicht ein paar Euros mehr im Monat. Allerdings steigt dann natürlich auch die Abhängigkeit vom Staat. Sollte beispielsweise das Bürgergeld irgendwann an mögliche Auflagen gebunden werden, kann man dem dann eben nicht mehr so leicht entkommen, weil dann unter Umständen die Zahlungen gekürzt werden. Beispielsweise könnten die Zahlungen an ein Social Credit System geknüpft werden, sammelt man genügend Pluspunkte bekommt man das volle Geld und eventuell einen Bonus. Sammelt man dagegen durch vermeintlich schlechte Taten Minuspunkte, so wird das Geld gekürzt oder eben ganz gestrichen. Das muss natürlich nicht genauso kommen, es wäre aber theoretisch möglich. Doch kommen wir noch einmal zu Hubertus Hals Plänen zurück. Mit den neuen Plänen benötigt der Staat Milliarden, die aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung und aus Steuern finanziert werden sollen. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie und Lebensmittel lehnte der Arbeits- und Sozialminister nach eigenen Angaben aber ab. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt verteidigte Hals Vorstoß. Laut Schmidt kommen Hals Vorschläge genau zur richtigen Zeit, da man jetzt mit dauerhaft hohen Preisen rechnen müsse. Es gehe darum, kleinere und normale Einkommen zu entlasten und nicht Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Während die Grünen Hals Plänen prinzipiell zustimmten, reagierte FDP-Chef Christian Lindner verhalten auf diese Vorschläge, er sprach sich dagegen für eine Reform der Lohn- und Einkommensteuer aus. Solange allerdings die genauen Beträge zum sogenannten Klimageld pro Haushalt noch nicht feststehen, bleibt es zumindest fraglich, ob Hals Vorschläge am Ende nicht eher dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein gleichen. Denn neben Energie sind auch Lebensmittel wie Getreide, Fleisch, Milch oder Pflanzenöl seit Februar massiv gestiegen. Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt mit vier Personen muss mit Mehrkosten von monatlich 242 Euro rechnen, also rund 3.000 Euro im Jahr. Dabei wurde die Berechnung vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzern PwC durch eine Marktanalyse erhoben. Die einzelnen Positionen der Rechnung stellten sich wie folgt dar. Zitat. Davon entfallen 65 Euro auf Lebensmittel, 89 Euro resultieren aus den steigenden Energiekosten im Haushalt, wie Strom, Gas und Heizöl. 40 Euro werden für steigende Verkehrsausgaben fällig. Die weiteren Mehrkosten ergeben sich aus den Auswirkungen der insgesamt steigenden Inflation auf die übrigen Warengruppen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Auch für Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sei ein Klimageld zwar eine gute Idee, aber nicht ausreichend, um bei geringen Einkommen die hohen Preise zu kompensieren. Fokus Online berichtete hierzu Folgendes. Zitat. Stattdessen forderte Fratzscher eine spezifische Entlastung von Menschen mit geringen Einkommen, gerade bei den Lebensmitteln, damit sie den Schock der hohen Inflation abfedern können. Experten gehen davon aus, dass das Klimageld im Schnitt bei bis zu 200 Euro pro Kopf und Jahr liegen könnte. Familien mit wenig Einkommen bräuchten eigentlich eher 100 bis 150 Euro im Monat, sagte der Ökonom. Zitat Ende. Auch diesen Artikel verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und was haltet ihr von Hubertus' Heilsplänen? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience.